Was verdienst du im Monat? Ein richtig guter Monat kann ich eine Million im Monat verdienen. Eine Million Euro im Monat? An richtig guten Monaten auf jeden Fall. Wie viele Monate gibt es davon so im Jahr? Nicht viele. Okay. Wenn man zum Beispiel einen krassen Deal hat, zum Beispiel an dem Monat, dann verdient man in dem Monat eine Million Euro. So klar, aber ansonsten, ich würde sagen, im Monat zwischen 100.000 und 200.000.